Hallo und herzlich willkommen wieder hier aus der Bergwirtschaft Brille One. Es wird langsam her und natürlich ist das wieder die Federweiser-Saison. Deswegen möchten wir, wie letztes Jahr schon der Versuch gestartet wurde, mit Dream of Federweiser einen neuen Cocktail probieren. Und natürlich auch ist unsere Biskussierung mit dabei und natürlich der Federweiser. Der darf in den nächsten zwei, drei Wochen nicht fehlen. Bei uns seit diesem Wochenende auch auf dem Markt und natürlich ab nächster Woche auch mit frischem, leckerem Flamm- oder Zwiebelkuchen. Dazu benötigen wir für unseren weißen Hibiscus Maragujasaft, Sauerkirchsaft oder normalen Hibiscus-Sirup. Für die etwas bittere Note oder saure Note natürlich den Messensaft und natürlich aufgefüllt wird das mit unserem Federweiser. Dazu benötigen wir natürlich 1, hier schon schön ins Blat machen, ca. 2 TL von unserem Hibiscus-Sirup. Wie gesagt, nicht zu viel, denn unser Federweiser hat noch jetzt eine sehr starke Restsüße. Daher machen wir auch 3 TL von unserem Limettensaft rein. Natürlich in gleichen Teilen unseren Maragujasaft und unseren Kirchsaft. Wir müssen natürlich auch etwas Platz nach oben lassen, dass der Federweiser noch reinpasst. Das Ganze wird kräftig geschüttelt. Das soll genügen. Und natürlich direkt ins Blat gefüllt. Das soll schon reichen. Und aufgefüllt mit frischen Federweiser. Je nach Belieben kann man dann, wenn der Federweiser jetzt eine Woche schon her ist oder man etwas lecker zu Hause stehen hat, auch etwas mehr Sirup nehmen. Denn der Gärprozess beim Federweiser ist natürlich so, dass er etwas Süße verliert natürlich über die Zeit. Und deswegen, wie gesagt, kann man auch mit etwas mehr Sirup variieren. Dazu brauchen wir natürlich unsere Strohhalme. Und da werden wir angelangt bei unserem Weizenewittkuss schmecken lassen.